Heute bin ich in einer Box und werde mich sprügeln mit diesen wunderbaren Waffen hier. Katamama, hier jetzt Leuchteffekte, bitte. Danke. Und heute sind meine Gegner André und Braxis. Salam, alam, alam. Salam, alam, alam. Freunde, ich habe heute ein paar Boxfights rausgesucht in der Hemisphäre von Fortnite. Und da werden wir heute betteln, meine Damen und Herren, wer heute der Boxkampf... Ne, Boxfight Champion ist, Alter. Und falls du auch einer sein willst, musst du jetzt einen Lager an deinen Abbot da lassen. Und falls du wissen willst, wer der Boxfight Champion ist, schau dir dieses Video bis zum Ende an. Sonst kommt mein Drucker und macht aus euch. Ich mache aus euch Sushi. Ich mache euch kaputt. Abonniert, man. Yeah. Hat er gesagt. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Unser erstes vor Boxfight ist Girl Boxfight. Und ich bin Golden Girl, Jungs. Revive. Revive. Receive, meine ich. Bro, wer hat wieder Brexys eingeladen, Digga. Ich dachte, das wird lustig, Bro. Er schwitzt wieder um seine Seele und, Digga, Mutters Ehre und so. Ach, das ist André. Entschuldigung. Bro, André, wer hat dich eingeladen? Ich weiß nicht. Er heißt Anonym. Er heißt Anonym. 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 Okay, wer wird das gewinnen, meine Damen und Herren? Wir spielen natürlich jede Map bis drei. Der erste Punkt geht an André. Ich bin das echte Gial. Was hast du nochmal gesagt? Nee. Goal. 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 Akana Messi. Okay, wir gehen rein in die zweite Runde, meine Damen und Herren. Wer würde es sein? Und diesmal bin ich. Ihr müsst sagen, was für Gial ihr seid. Ich bin Mythic Princess, Bro. Ich bin die Prinzess, okay? Muck mich nicht an. Okay. Ich bin versteckt. Keiner findet mich. Du willst nicht gegen mich. Lass ihn einfach nicht suchen. Junge, wenn ich jetzt rauskomme, verliert ihr. Soll ich rauskommen oder was? Artikus, ohne man denkt, er ist auf einmal Boxfight-Profi geworden. Bro, what the hell? What the hell? Warum bin ich One-Shot, wenn ich Mythic Princess bin? Ich bin die Prinzessin. Ich bin Mythic Princess. Ich bin die Mythic Princess, okay? Warum sterbe ich als erstes, wenn ich Mythic Princess bin? Was habt ihr... Was bist du, André? Golden Girl? Und was ist... Was ist Braxis? Was bist du Braxis für eine Klasse? Sag mal. Ich bin... Äh... Sag, weiß ich nicht. Lass mich kämpfen. Ja, unten links steht doch, was da steht, du Opfer. Ich bin Mythic Princess. Äh, Baby Girl. Auch? Ja. André, und du bist Golden Girl, oder was? Ja. Können wir jetzt mal... What the hell? What the hell? Digga, du bist 27 HP, gell? 47 plus 25 macht 60, 65, 72, 71. Ja, safe, Spoiler einfach. Alles gut, Digga. Alles gut, oder? Spoiler einfach. Okay, Braxis hat 90 plus 34. Sieht nicht gut für dich aus. Oh! Da ein Hit von André gegen Braxis und er... Was ist denn da passiert? Er steht 2 zu 0 zu 0, Bro. André ist hier gerade der Goat. Er steht 1 zu 1 zu 0, meinte ich. Sorry. Wir gehen rein in die nächste Runde. Der Braxis hat letzte Runde. Wenn ich jetzt nochmal gewinne, gewinne ich nochmal 1 zu 1 zu 1. Achso, hast du letzte Runde gewonnen? Achso, okay. Hä? Jungs. Du mit Chuck Chuck. Jungs, ihr seid so am Arsch jetzt, ne? Ich bin Double Damage, Girl. Oh mein Gott. Ich bin Double Damage, Girl. Wenn ich nicht gewinne, Bro, raste ich aus. Ey, stark. Bruder, was machst du? Nur Treppen bist du... Bist du Jack, Digga? Was bist du? Bist du, äh... Wheelchair-Gerl, oder was? Das heißt Gegnerverwirrung. Bau mal nicht dagegen. Bau mal nicht dagegen, du Wissach, Digga. Digga, können wir das bitte jeden Tag machen? Bist du Jack, Digga? Geh mal schlafen. Geh mal schlafen, Digga. Wo ist diese Princess-Dell? Aua. Wo bist du, oder man? Wo bist du? Dreck ich dir nicht. Ich mach jetzt wie mein Helikopter. Hähähähähäh. Wird gefragt, ich muss mich konzentrieren. Hat man da Maul, Digga? Ich mach wie mein Helikopter. Opfer, Digga. Ey! Bist du unsichtbar? Er ist unsichtbar, girl. Oh mein Gott. Er ist unsichtbar, girl. Oh mein Gott. Oh mein Gott! 4 HP, du Noob, du. Invisible, girl. Es steht 2 zu 1. Es steht 2 zu 1 für André, meine Damen und Herren. Wir gehen rein in die nächste Boxfight. Ich will kein Girl mehr sein, okay? Let's go. Jungs, soll ich... Guck mal, jetzt werde ich mich fertig machen. Ist euch das bewusst? Ich hab die ganze Zeit Spaß gemacht. Aber warum redest du, wenn wir eigentlich in die nächste Map wollen? Achso, geht's nicht weiter? Nein, wir gehen in die nächste Map. Sag Entschuldigung. Komm mal her, warte, schieß mal nicht, schieß mal nicht. Okay, 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 okay. Ich muss kurz André Hobbs nehmen. Junge, ehrenloser Spazi. Komm her, sag Entschuldigung. Halt der Mo... Er steht wieder. Warum steht er wieder? Warum steht er wieder? Wer soll Entschuldigung sagen, hä? Wer soll Entschuldigung sagen, hä? Du sagst Entschuldigung! Wer soll... Wir gehen rein in die nächste Map, let's go! Jungs, wir sind in der nächsten Boxfight. Es geht um Ehre und Stolz. Und zwar bin ich... Warte, bevor wir jetzt kämpfen, ich muss kurz lesen. Bruder, bei mir ist acht Jahre lang Text. Warte. Ich bin Dragon Sweet Chili Takis, Digga. Ich kann... Ich bin... Ich kann fliegen. Ich bin Fire Weapons Dragon Shotgun Flare Gun. Hä? Ich hab auch Dragon Shotgun Flare Gun. Sind wir jetzt alle das Gleiche? Ja, dann könnt ihr auch fliegen. Oh. Tschüssi. Ciao. Mach's gut. Komm her, Digga. Ich bin Taki-Gott. Hä? Ich bin ne Takis, Junge. Eine Runde Takis oder was höre ich, Digga. Wo seid ihr? Ich bin genau vorne, Digga. Flieg mal nicht weg die ganze Zeit. Ja. Okay, Brax tot. Wer hat Brax da vorhin Schaden gemacht? Ich. Achso. Weil er sagt Pause, ich muss reden Pause und ich mach Pause. Aber haben wir jetzt alle die gleiche Klasse bekommen, oder? Sag mal ehrlich. Ja, Sweet Dragon Chili. Boah, hattest du dich damit getroffen, ne? Freundschaft beendet. André lädt nach. Oh mein Gott, André hat was Böses vor. Wo ist er? Ich hab... Ich hab... Bro, du wurdest eliminiert, Bro. Ich hab schon ein Ladescreen gepackt, Digga. Du wurdest eliminiert. Okay, Jungs, nächste Runde. Es steht 2-2-0 für mich und André. Ich bin Chili... Was ist... Warte, ich bin Intense Nacho, Digga. Vampiric Blade, Dual Pistol, Chili Chucksplash. Okay. Wer will meine Vampiric Blades? Du willst meine Vampiric Blades, Digga. Junge, was bist du hier, Digga? Er hat mich gelöscht, er hat mich gelöscht. Es steht 2-2-1 für Brax. Ja, 2-2-1. Achso, schade. Ich schreit schon dazwischen, wo du noch nicht fertig warst. Ich bin Zombie. Junge, ich war Lars, ich bin schon, ich hab nichts verstanden. Ich bin Zombie, Bro. Wer bist du? Digga, find dich mal von mir, was bist du immer bei mir? Ich bin Zombie. Er steht einfach neben mir, Digga. Oh. Ja, Bro, er mit seinem Raketenwerfer, er denkt auch, er ist halt heftig. Chili Cheese, komm. Kannst du mal aufhören? Bro, es gibt Takis, die heißen Zombie und das bin ich. Was bist du für ein Takis, sei ehrlich? Ich bin Nitro. Nitro? Ja, keine Ahnung. Er ist Dragon Chili Cheese. Was kann der? Du warst gerade der Rang Chili. Chili Cheese. Chili Cheese. Chili Cheese. Schieß. Oh, ich bin schnell. Schiech. Du kannst auch fliegen. Kann ich nicht. Doch. Glückst du. So mal lehrt hast du zweimal. Geht nicht. Komm her, Junge. Das ist der dritte Punkt für Odoman Piguet, Digga. Ich bin Vogel. Es ist ein Vogel. Es ist Odoman. Es ist André. Es ist ein Fock. Du bist im Lade, Bitchim. Hä? Bro, ich war doch Zombie. Ich hätte noch Revival. Äh, Zombies überleben ja nicht doch mal. Das war übel dumm, Digga. Ich bin Zombie. Resurrection. Ach, was heißt Resurrection? Ich habe gedacht Revivals. Warte mal. Es steht 2-2-2, ne? Für alle. Mal schlafen. Hey, dich an dieser Latte, Bitchimus. Es steht 3-2-2, meine Damen und Herren. Ich muss sagen, wir gehen rein in die nächste Dingsbums-Map. Ich bin Guacamole geworden, Digga. Ich auch. Was kann Guacamole? Warte, ich habe eine Fernbedienung. Warte, ich mache aus euch Guacamole. Die Fernbedienung kann gar nichts. Das hat Brax es killen und dann weiter ausprobieren. Ich habe auf mich, Digga. Warum? Ey, Eremus. So, wir gehen rein in die nächste Boxfight-Map. Let's go. Okay, Jungs. Wir sind jetzt bei Handy Game Mobile Boxfight. Ich bin Clash of Clans. You are slower, but deal more damage. Barbarian bin ich. Was bist du, Brax? Junge, Junge. Meine Mauch ging nicht, Digga. Du warst auf gar, Digga. Sei mal schuld. Warum schießt du? Ich bin Double Damage, Digga. Ich bin Uno, Junge. Oh, Digga. Ich bin langsam wie Sau. Ich bin Uno. Uno? Was kann Uno? Reverse Card, oder was? Ja, ja. Wenn du schießt, das geht auf dich. Ehrlich? Ja. Warum frisst du da einen Fisch, Digga? Junge, was hast du für einen Schaden gemacht, Digga? 3-3-2, Bro, ich sag dir ehrlich, Handy Game Clash of Royale. Ne, was war ich? Clash of Clans, Bro. Ich war Barbarians. Muck lieber nicht. Okay? Okay. Ich bin jetzt Hungry Shark. Fruit Ninja. Fluted the Ma... Oh mein Gott. Jungs. The Wasser wird Wasser. Warum bist du denn bei mir? Digga. Äh! Gesticht. Du hast mir einen Stich in meine Seele gegeben, Bro. Ich kann nicht schießen. Wieso kann ich nicht schießen? Warte mal, ich war Fruit Ninja und hab die Banane gegessen, Digga. Es steht 4-3-2. Ich liebe es, dass Brakes einfach AFK ist, Digga. Ich bin jetzt Fruit Ninja. Ich will nicht AFK, ich kann nicht schießen. Ey, lass ihn abkleiden, solange er nicht schießen kann. Ich bin One-Hit-Dings, Bro. Fruit Ninja ist ja übel, Lopé. One-Hit mit Schwert. Du musst halt auch treffen, du Noob. Geh mal schlafen, du Opfer. Ja, man ist ein Hit. Du bist One-Hit, Junge. Digga, es ist komplett dumm. 4-4-3. Nee. Wie steht's? 5-4-3, Gemma. 5-4-3. Schick mal eure Basis. Du hast drei. 1-1-0 schon abgeschaltet. Du hast drei. Ich bin Pokémon Go. Catch your Pornments in Pokémon Balls. Ich bin Tetris. Ich bin Tetris. Ich hab dich im Pokémon Ball. Ich hab ihn eingefuckt. Digga, das ist even geil. Ich dachte, Boxfight hat so eine Tiefe wie... Ja, so rumschwitzen halt. Ja, so rumschwitzen, aber es bockt ja unnormal. Ja, safe. Ich werde jetzt Boxfight YouTuber. Komm. Ich will ihn in den Pokéball einfangen. Nein, er ist... Du fängst nichts ein. Du fängst gar nichts ein. Außer ne... Vielleicht... Grippe. Das stimmt. Das wäre bodenlos. Aber das will ich nicht am... Okay. Letzte Runde, Jungs. Okay. Cross the road. Spawn a car to attack enemies. Mio. Enemy. Juhu. Auto kommt. Ich konnte nur eins machen. Das ist ja bodenlos schlecht. Ah, ich hab Double Damage. Er hat Dings, ne? One Hit, by the way. Nein. Er gibt ihm einfach einen Schütz in seinen Ofen, Digga. Okay, ich weiß nicht mehr, wie viel steht, aber mein Cutter blendet es hier irgendwo ein, Freunde. Ich würde mal sagen, wir gehen rein in die nächste Boxfightmap. Okay, Freunde. Wir sind in Mio Boxfight. Ich bin Doppelt Shield. Ich bin auf einmal Rick. Warum bin ich Rick? Oh mein Gott. Ich hab ne Weste an, Digga. Ich hab Ohren. Ich hab so Segelohren. Echt? Hä? Noch in Real Life? Nein. Juhu. Er hat Double Damage. Hab ich nicht. Das ist gelogen. Er hat echt Segelohren. Er hat Cat-Ohren gehabt, aber ich hab ihn gekleppt. Ich glaub, gekleppt mein ich. Ich wollt gekleppt. Gekleppt. Ach, wir machen einfach weiter, Digga. Scheiße, aber ich, Digga. So, ich bin Rocket Launcher, Cat. Okay. Hey, was piept hier so? Deine Fresse erstmal. Ey, irgendjemand hat mich im Visier gehabt, Kraut. Ich. Dann, ich bin Visier-Cat. Wey, er hat diese Visier-Scheiße. Bitte, Daddy. Okay, weil du so lieb gesagt hast. Bro, als ob du nur dieses Visier-Dings hast. Ich hab mein eigenes Töte angeschossen. Das war gut, Digga. Da bin ich ein bisschen stolz auf dich. Sag ich dir ehrlich, Digga. Ich bin Cat Launcher, Cat. Ey, André. André, mach mich nicht sauer jetzt hier. Ey. Ballin. Tick, 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 tick. Ey, dann erst mal nennt er mich so und dann macht er so. Natürlich, kriegst du auch Fresse, Digga. Denkst du, ich mach nur so? Guck jetzt, ich werde der heftigste Cat. Business Turret Cat, Digga. Aha. Das hatte ich je immer auch. Das ist stark. Trinkt gar nichts einfach. Kannst du aufhören, das abzuknallen? Hey, ich tanze. Nein. Na, na, sag mal. Wie geht's, wie geht's, wie geht's, wie geht's? Hey, hier ist ein Tourette. Ein Tourette? Wie heißt das? Mörder. Das ist bodenlos. Hä? Er tanze auch, er tanze auch. Das ist nice. Weg. Guck mal, wer sich heilt, da heil ich mich auch einfach auch. Ja, aber er kommt jetzt und schießt dich ab. In drei. Zwei. Guck. Oha. Bruder, wie viel Leben hast du? So viel für dich. Geh mal, schlaf nicht so viel für dich, Digga. Ich geh immer noch im Voraus, Junge. Muck mal nicht. Drei Wins in der Map, Digga. Ich bin der einzigste wahre Cat-Dead. Wir gehen rein in die nächste Box weiter. Let's go. Okay, ich bin Michael Swordfast Speed. Ich bin Saw. Ich bin Ghostface. So siehst du raus. Dafür kriegst du einen Schuss in dein Gesicht, Junge. Bruder, was ist mit dir? Hast du ein Problem, Brax? Hast du ein Problem? Bin tot. Ja, du? Anonyme hat mich gekehlt. Wir haben Hacker in unserer Lobby. Was hast du? Das war ein epischer Tod, der. Entschuldigung, aber Entschuldigung. Wieso warst du so stark? Entschuldigung. Ich hab nicht immer irgendein Wort gesagt, glaub ich, in der Runde grad. Ja, ne? Ich schwör, ich hab nix gesagt, weil ich war einfach kaputt in meinem Kopf. Okay, ich bin Ghostface. Fly double speed in a fly. Sagst du nichts mehr jetzt einfach? Also, okay. Ja, ich muss konzentrieren. Ich muss... Ich muss Brax töten kurz. Das ist ja nicht mehr One-Hit, ihr Lügner. Das ist ja auch nicht mehr Fruit Ninja, du Otto. Boah, was hast du, Digga? Aimbot? Boah. Boah. Was hast du, Aimbot? Ja. Hast du Aimbot? Ich war Jason. Na, ich war Jason. Was hat der, Aimbot? Na ja, aber danke für das Kompliment. Na ja, er hat mehr Leben. Ach so. Freunde, ihr seht immer den Buggestatt irgendwo hier eingeblendet. Ihr wisst Bescheid. Wir haben den Überblick verloren. Letzte Runde. Ich bin Jason. Jason, der Ruler. Galucke eins. Bruder, Boogie, Boogie, Rang, Bang. Er ist Fliegface. Du bist Fliegface. Andro, was geht was? Was habt ihr da gemacht? Er baut sich ein, um zu sterben, Digga. Ich will so weglassen, weil ich mir dachte, kann ich nicht sein. Ich wollte mich einfach raus, was der... Ich wollte raus von euch, Digga. Er hat gewinnt, weil er fliegt. Digga, was ist das für... Also die Box hat mir nicht gefallen, Freunde. Wir gehen rein in Chicken Wings. Ich sag nur Chicken Wings. Jungs, ihr seht hier super leckere Chicken Wings. Die sehen richtig eklig aus, Digga. Die sind gerade komplett mit Fell und so. Aber ich bin gespannt, welche Klasse wir sind. Ich bin Hawaiian Jumpscare Player on Press. Oh, okay, cool. Hab dich reingeschissen? Ey, warte, bei mir öffnet sich einfach. Mach mal so, der schießt weiter. Ey, wo? Was warst du? Hawaiian Chicken Nuggets, Digga. Oh, ich muss essen. Ich war Hawaiian, äh, Dings. Was seid ihr eigentlich für Klassen? Was bist du, Andre? Ich bin Louisiana Rob, Digga. Und Brax, was Brax ist? Ich bin Garlicks Knoblauch. Äh, wieso fliegt er immer? Er hat immer fliegen. Ich weiß nicht, er hat die ganze Zeit, Bro. Muck nicht. Oh mein Gott. Kann ich da eine aufheben? Ich glaube schon, aber er ist hinter dir. Was soll ich denn die Färbelin tun? Die Färbelin macht Jumpscares. Habt ihr keine Jumpscares schon wiederbekommen? Digga, das ist ja bodenlos, dass meine Fähigkeit nicht einfach validiert. Guck mal, der hessige Brax ist direkt neben mir, Digga. Ich muss den auslöschen. Was machst du jetzt, hä? Chill mal, Bro. Hier sind überall Chickens. Atomic, wenn you shoot a player with a pistol pull them into you. Ah, dann ist die Kipp, du kleiner Hundebein. Ich hab, ey, Digga, Jumpscare. Dafür bin ich extra gestorben, Digga. Ach, Digga, hab ich... Aber, ey, ich kann dich pullen, Bruder. Pull nicht. Hä? Du kannst doch pullen, warum soll er nicht pullen. Hat der Jumpscare bekommen? Naja, hab ich nicht. Du musst in der Nähe stehen. Hast du bekommen Jumpscare? Nein, hab ich nicht. Du kleiner Hunde! Junge, mein Tickling war voll schlecht. Ich konnte mit Pistole einen zu mir herziehen. Wow, cool. In Boxen, mein Junge. Okay, Jungs. Seid ihr bereit. Ich bin Lusiana Rupp. Makes twice as fast in the Appointments. How are you, Jai? Nein. Ja, ich bin tot. Oh, mein Gott. Ich hab die so ein... Boah! Oha! Wurde man jetzt kranker, Bild? Oh, mein Gott. Du sehn, der Backrub, Digga. Einfach Bellyrub. Ich krieg Bauch massiert. Nein! Geh mal schlafen, Bro. Geh mal. Wer bist du, dass du gegen mich, den Chickenwing Master, hier sagst, dass du was sagst? Albana. Okay, gewonnen. Du hast gewonnen, Bruder. Okay, Freunde. Wir gehen in die allerletzte und coolste Boxfight. Let's go. Okay, Jungs. Meme-Boxfight. Choose your kit. Tryhardt. Sammler-Kit. Troll-Kit. Ich bin safe, der Troll-Kit. Du bist so tot, Andre. Warum ich, Digga? Ah, die Sounds! Geh mal schlafen, Bro. Okay. Achma, kommt immer wieder, oder was? Achma, es gibt keine Pause hier. Achma, Achma! Warte mal, der Sound war... Lachma! Hoff mal nicht. Was hoffst du abends, Alter? Wer ist gestorben? Wex. Nein, bin ich nicht. Warum, chill deine Bounce. Junge! Hä? Hä? Lach mal. Der wird los. Ich hab die C-Song gekriegt. Heil dich, Oma. Der bist so ehrenlos, ne? Ich afe dir auch noch. Scheiß auf dich. Okay. Dann kommt jetzt Tryhardt-Kit, Digga. Ich hab nicht gehört, was Braxton Sound bei mir gemacht hat. Was, das ist denn nicht schlecht? Also, das ist wirklich die schlechteste Box. Wind up your body. Wo bist du? Oh mein Gott. Oh. Yeen. Yeen! Hey, Andre. Okay. Du hast dich. Was war das? So, Mann. Du ehrenloser. Ah, diese Sound. Dingle. Bro! Auf einmal irgendwas Französisches. Warum? Süß! Achso, war Dings oder was? Ich glaube, das war süß. Ey, ist das Klo-Kack-Sound? Oh Gott. Neeein! Neeein! Das ist so dumm, Dings, okay, diese Kinsen. Webfest! Ey! Süß! Ticke, 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 ticke! Das war einfach Dings oder vom Wort ein! Ey, das ist doch unglaublich, hast du deine P90? Ich hab gar keine. Aua! Mann! Ich hasse deine P90, oh du Mann! Ich hasse deine P90, Braxis! Ich hab gar keine. André führt grad. Wir spielen bis 10, Jungs. Jaaa, solange bist du nicht mehr für, ne? Jaaa, genau, ne? Deine Mutter, es hat jeder 7 Punkte jetzt. Meine Mutter auch? Deine Mutter auch. Deine Mutter. Bruder. Bruder, ich spawn in so einem Gebauten einfach. Er hat Double Damage, woher? Ey, ich hab keinen Double Damage. Bei mir hat da Lila geleuchtet. Okay, acht, acht, acht. Zwei Kills noch. Ich nehm euch mit. Hä? Bist du los? Du hast dich selber mitgenommen. Ähm, du hast nur einen mitgenommen. Den nehm ich auch nicht mit. I never do this. I never do this. I never do this. I never do this. Der ist ja dieser Kack-Sound. Ach Gott. Kuzin, 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 Leute. Oh Gott. Ey, André! Ja? Reicht doch jetzt. Oh mein Gott. Nein, Mama. Ey, Junge. Die Braxis gewinnen! Diese Boxes... Boxes... Braxis-Fight, Digga. Junge, Alter. Okay, Freunde, ich muss mal sagen, das war unsere ultimative Box-Fight-Challenge. Falls es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abloh. Checkt auf jeden Fall mal die Jungs ab. Und natürlich mein... Mein Kanal. Und kommt morgen wieder. Weil, wenn nicht, kommt mein Drucker zu euch nach Hause und macht mit euch Box-Fight, Alter! Stimmt's, Drucker? Ich will nicht doch... Ich will nicht doch...